Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme-Session von Stardew Valley mit dem Niki. Ja hallo, jetzt kommt ihr auch Ton bei mir mit Kevin. Was? Also nicht nur meine Stimme. War doch letztes Mal so, Kevin. Achso, stimmt ja, du hast ja keinen Ton gehabt. Also ich hab keinen Ton von dir gehabt. Weißt du, was ich jetzt zu sagen, Niki? Weißt du, was ich jetzt zu sagen, Niki? Ich glaub, du sagst das, ja? Skill issues. Ich geh einfach, komm nie wieder zurück. Achja. Donnerstag, der 25. Was ist mit damit? Nur jetzt hier. Ich dachte, du wolltest irgendwas Großes ankündigen für die Leute da draußen. Nee. Wie soll das also? Warte? Hier ist das Spiel? Der 25. Erstmal irgendwas random Antis, dann keine Ahnung was, haben wir hauptsache irgendwas rausgeschmissen. Donnerstag, der 25. Niki macht einen sehr großen Stream, was? Nee, soweit wird's, soweit kommt's nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Okay, sieht scheiße aus. Was sieht scheiße aus? Ich hab mal kurz auf die sozialen Stats geguckt, weißer. Ah. Sieht ziemlich scheiße aus. Ja. Nee, bin voll asozial. Asozial, oder? Oh, ich hab Müll gefunden. Wenn ich auch nochmal Müll. Oh, geil. Richtig geil. Der Müll ist echt wunderbar und echt hilfreich. Gibt nichts besseres. als richtig geilen Müll, Niki. Hm. Hm. Das wär. Ich hab grad die Szene mit dem. Nee. Ich hab grad die Szene mit dem. Nee. Mit dem. Mit dem. Mit der Kanalisation. Oh. Warte, die hast du noch nicht gemacht. Nee, hab die jetzt erst. Wie sagst du die jetzt erst? Ich hab die schon. Find ich das so zu dumm. Ich war Alps, Lena. Schon lange nicht mehr da unten. Echt? Schau, da gehst du ja mal runter, um die Frühlings-Siebeln zu klauen. Ich mein, ihn zu leihen. Ich meine, du hast die natürlich komplett angebrochen. Komplett selber angebaut, natürlich. Am Zimmer geh ich da mal runter, weil... Mal bin ich da auch immer nicht unten. Ich geh da nicht jeden Tag runter, aber jetzt wollte ich einfach mal wieder runter gehen und gucken, ob da Frühlings-Siebeln sind. Und das ist die Szene. Hm. Weil manchmal ist da auch nur eine. Mhm. Und manchmal ist da auch keine. Aber hier sind ein paar. Hm. Ich weiß gar nicht, wie war das nochmal mit der Kandidation? Ähm, ich glaub wir mussten dafür eine gewisse Anzahl an Staff gespendet haben. An den, ähm... An den, ähm... An das Museum, ja. Ja. An da... Was war der Zeit? Meine Fresse. Ich habe nicht darauf geachtet, was die Geys heute gesagt haben, aber ich glaube, die haben heute gesagt, großes Pech. Bist du jetzt mal hier, Fledermäuse? Was ist denn auch in die Kacke? Ab! Geh! Woanders hin! Ab jetzt! Weg jetzt! Weg jetzt! What? Monster Infestation, Fledermäuse, wird mich jetzt völlig verarschen. Das ist sogar bei der Mine. WTF? Das Spiel hasst mich. Das wombut z raids hat. Mein neuer sich nicht. Ich werde jetzt vielleicht irgendwelchen diesen Kacke am Anfang. Ich werde jetzt die Kacke ab. Eins? Dann? W Correct. Dann? 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 wir haben hier eine bomb weiter was zum okay weiß wird paket ich gehe raus der herr ok mit lohnt sich gerade überhaupt nicht das nicht ein stein und ein stück kohle könnte theoretisch noch ein paar insekten killen gehen dass man lieber gut sein die hülle immerhin ein gold stück gefunden ich hab ein gold erz gefunden das bringt uns zwar nicht viel aber hey ein gold erz diese fünf passen nackt Oh. Hm? Nothing. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Haaa. Nicky. Ja, ich hab Bock was in die Luft zu jagen. Zukunftsbombe dabei? Hab ich schon verwendet. Eine richtige Bombe hab ich ja verwendet. Hast du irgendwas anderes zum Explosives? Hast du irgendwas anderes Explosives? Ne, ich glaub nicht tatsächlich. Oh man. Ey, nichts ist Verlass. Ey. Okay, auf jeden Fall hab ich wenigstens was für das Schwarzbrett bekommen. Da fehlt uns noch eine Sache. Da ist ein paar spezielle Fische. Da ist noch ein paar spezielle. Einer von den speziellen Fischen ist der Nicky. Einer von den speziellen Fischen? Mhm. Das ist ein sehr spezieller Fisch. Hm. 30 Kupfererz für 320 Gold. Haben wir so viel Kupfererz überhaupt? Ne, ich glaub nicht. Hm. Hm. Also ich hab 12 oder so. Hm. Na, passt schon. Ich hab die Quests nicht angenommen. Was? Tja, Nicky. Was machen wir denn so Schönes? Ich mein... Wir sind grad auf den Strand. So schön. Wir sind kurz vor Ende des Season und wir haben halt nur sehr überschaubar was zu tun, ne? Das ist leider so am Ende einer Season. Hm. Mach schon was her. Sollen wir so ein großes machen hier? In der City. Hm. Okay. Hier kann man glaub ich nix machen. Da fehlen uns die ganzen Crops für... Wenn meine Pastelage sind, ist alles fertig. Wenn die dann fertig sind, dann... hab ich nichts zu tun. Soll ich mal gucken, was wir für ein Glockenhaus brauchen? Jo, kurz kurz kurz. Gucken wir mal machen. Gucken, was für ein Hühnerhaus so... Warte mal... Haben wir wenigstens schon mal ein paar Tierchen. War eher nur Hühner. Jo. Besser als nichts. Die Frage ist, wo wollen wir sie hinsetzen, die Hühner? Ähm... Vielleicht... Vielleicht können wir ja mal unser... Dings so ein bisschen so aufräumen. Hm. Könnt auch noch ne Idee. Unser... Unser... Bis... Wir... Dann auch noch nen Heuturm haben. Ja. Aber man kann ja trotzdem dann schon mal überlegen, frei zu machen. So ein bisschen hier... Verstehen. Nur zumindest die Bäume auf jeden Fall wegräumen. Wirst du... Mein Haus müsste auch mal irgendwann umgesetzt werden. Die da oben in der Ecke sind ein bisschen Kacker. Hier. Ich weiß nicht was... So ist doch wunderbar. Ist ich nicht so in der Ecke? Sag... Der wird's übergesprochen. Der Wetterbrich hat einfach nur gesagt, ne leichte Brise... Oh, da liegt ne Katze in mein Bett. Eine leichte Brise weht durchs Land. Eine leichte Brise weht durchs Land. Na, hast du wieder... Hast du wieder ein paar Frühlingszwiebeln geklaut hier. Natürlich. Von morgen sind meine Patienten, glaub ich, fertig. Okay. Die Geister sind heute sehr glücklich. Wir wollen dir eben, bis sie passt. Oh. Wurden noch meine verlorenen Items wiedergefunden. Stimmt ja, das habe ich ja bezahlt. Ich habe ja auch noch zwei. Die, 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 die die. Ha, ha, ha. Du, 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 du. Okay, ich nehme mal ein bisschen... nicht vorhandenes holzmehl okay ich kann holzmehl wenn wir wachsen ja auch noch gut wir können uns mal erst mal überlegen wo wollen wir denn die tiere hin haben da können wir den bereich schon mal frei machen also hier rechts ist ja eigentlich mehr so bäume oder also hier mein oben ist der altar vom vom großvater und hier ist halt hier ist halt ein bisschen besser nicht was da oben ist hier unten ist halt wirklich nur so ein bisschen flachland wo man eigentlich noch setzen könnte keine ahnung kann die bäume angepflanzt leider auch die mine ein bisschen was blockiert das und auch 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 Manchmal so alles hier weg. Gut, theoretisch kann man doch mal hier das Hühnerhaus hinplazieren. Was kann man? Dann kann man auch gleich hier das Hühnerhaus hinplazieren und macht ja keinen Unterschied. Ja, das kann man machen. Vor allen Dingen, das hier ist eine natürlich geschlossene Umgebung und man könnte das hier halt wirklich ersetzen. Ich muss hier noch einen kleinen Sound ziehen oder so, damit sie ein bisschen angeschränkt rumlaufen. Ja, wir haben hier ein ganz großes Gebiet hier auch. Mal die ganze andere Scheiße weg. Kleinzeug hier. Oh, was kann das denn? Mein Schreibtisch. Ja, das war's. Ich bin ein bisschen anders. Ja, das war's. Was? 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 Was was? Was? Ich hoffe nur, dass Robin noch offen hat. Dann gehe ich gleich mal rumgucken. Ich habe aber keine Aussagen mehr, ich gehe mal kurz hoch. So, Robin, vielleicht hat sie ja schon oder noch offen. Ich glaube, ich brauche da Holz und Steine dafür. Danke. 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 Danke.